Willkommen zurück bei Batman. So, ich habe das eine Ding gelöst. Das ist leider ein Bug. Und zwar kommt das ab und zu vor, habe ich im Internet nachgelesen. Ist blöd gelaufen. Was ist das? Achso, unser nächstes Missionsziel. Wir können es wahrscheinlich nicht ausschalten. Vielleicht verschwindet es von selbst. Wir wissen es nicht genau. Aber ich kann jetzt hier einfach zum Beispiel den Spezialkombo Batchwarm Einführung aktivieren. Dann sollte jetzt einfach nur noch das hier kommen als Anzeige und ich bin dieses kritische Treffer-Dingens. Das andere kommt dann schon seltener vor, glaube ich. Ich hoffe es jetzt einfach mal, weil die Anzeige war doch schon sehr störend. Jetzt müssen wir aber noch den Ausgang finden. Das wird gar nicht so leicht, weil ich bin völlig verplant hier. Wo geht es denn hier raus? Die haben wir alle ausgeschaltet. Da oben geht es nicht durch. Da hinten haben wir noch eine Wand. Kommen wir da irgendwie hin? Ich glaube nicht. Das ist eine Riller-Trophäe. Ich will die Riller-Trophäe. Das geht nicht. Das wird auch nicht gehen. Das geht auch nicht. Ne, kommen wir nicht hin. Oder ich weiß nicht wie. Lassen wir es sein, gehen wir. Gut. Jetzt fragt sich natürlich, gehen wir ins Museum oder retten wir zuerst die Geiste von Riddler? Das ist da unten los. Hallo, hat dir jemand die Güte zu antworten? Ich habe nur von euch verlangt, dass ihr ein paar beknackte Maschinen aufstellt. Und was ist? Nicht einmal das könnt ihr. Ich hoffe, dass euch Batman jeden einzelnen Knorpen bricht. Ich hoffe, dass ihr gar nicht unverzweifelt nach Luft schnappt, weil eure Lungen von euren Rippen durchbohrt wurden. Wenn dem nicht so sein sollte, dann rate ich euch, euch aufzuraffen und die Beine in die Hand zu nehmen. Denn nach Batman kümmere ich mich um euch. Aber jetzt kümmere ich mich um dich, Pinguin. Ich werde dir alle Knochen brechen. Als ich jemals wieder rauskomme. Da ist der Weg. Oh, was gibt es hier? Vielleicht noch eine Trophäe. Ist jetzt zwar voll unnötig irgendwie, aber komm. Wenn wir schon mal dabei sind. Schauen wir doch mal hinein. Jupp, Riddler Trophäe. Gut, eine weitere haben wir eingesackt. Dann würde ich doch sagen, wir gehen zuerst ins Museum und schliessen das ab, bevor wir dann die Geiseln retten. Die hat jetzt so lange gewartet. Die kann auch noch ein bisschen länger warten. Ähm, wo geht's lang? Da. Ich hoffe, da oben stehen jetzt nicht wieder Typen. Neue Nebenmission. Was denn diesmal? Tiger Zentrale, hier Air Tiger 7. Wir nähern uns jetzt der Zielposition. Die Gasse ist menschenleer. Wärmeabtastungen zeigen keinerlei Aktivität. Sekunde. Da liegt dein Körper, ist offenbar unbekleidet. Wärmesignaturen. Ist noch nicht lange tot. Mann. Sieht aus, als hätte man seine Gesichtshaut weggeschnitten. Wie ungewöhnlich. Setzen Sie Ihre Patrouille fort, Captain. Keiner der Insassen geht nach diesem Muster vor. Ich vermute, da ging es um irgendwelche Revierstreitigkeiten. Vielleicht sollte das eine Botschaft sein. Bestätigt. Klingt interessant. Wir gehen zuerst mal dahin. Oh nö, da sind ja schon wieder Typen. Schnell weg hier. Hab jetzt keinen Bock zu. Außer es ist ein Riddler-Typ dabei. Klasse. Da ist Batman also auf dem Weg hierher und dabei noch stinksauer auf den Boss. Entspann dich, den Gruner-Thema. Was zum. Oh, ihr habt mich gesehen. Aber ich bin schon längst wieder weg. Oh, bin ich schon richtig? Das ist der Typ, oder? Du hast recht, Mann. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ich sollte den Tatort scannen, um die Todesursache festzustellen. Sieht irgendwie komisch aus. Naja. Die Gesichtshaut des Opfers wurde entfernt und der Kopf mit Verbänden umwickelt. Im letzten Monat gab es in Gotham drei Morde mit immer der gleichen Vorgehensweise. Die Presse hat dem Mörder den Spitznamen Identitätsdieb gegeben. Wenn er jetzt in Arkham City ist, muss ich ihn finden und aufhalten. Und was haben wir hier? Blut? Der Angriff hat das Opfer sehr stark bluten lassen. Der Mörder trägt mit großer Wahrscheinlichkeit Spuren des Blutes an sich, ohne es zwingenderweise gemerkt zu haben. Wenn ich die Scannergebnisse so filtere, dass sie die Blutpartikel des Opfers zeigen, führen sie mich vielleicht zu der Person, die das Opfer zuletzt lebend gesehen hat, oder zum Mörder. Aha, der Blutspur folgen, dann machen wir das mal. Der Identitätsdieb. Ich glaube, das habe ich beim ersten Mal durchspielen nicht gelöst. Wenn ich mich nicht ehre, weil da gibt es ja dann noch mehr Opfer. Ich weiß aber nicht mehr, wohin uns die Blutspur führt. Ach, Mann. Ach, Mist, da ist ja noch ein Dritter. Habe ich nicht gesehen. Ja, jetzt steht immerhin nicht mehr kritischer Treffer. Das ist doch schon mal gut. Das andere nervt dann, glaube ich, weniger. Blöder Bug. Kommt manchmal vor, nicht immer, weil beim ersten Mal spielen hatte ich das zum Beispiel eben nicht. Also wenn ihr das auch habt, vielleicht eben nachdem ihr kritischer Treffer gekauft habt, ja, müsst ihr halt gucken, was ihr tun wollt. Entweder Spiel neu starten, besser gesagt ganz neu. Spiel starten neu. Und sonst halt wirklich einfach eine andere Dings einschalten. Was haben wir denn hier? Warum hast du ihn umgebracht? Ich war das nicht. Ich bin kein Killer. Ich bin ein verdammter Klempner. Du musst mir glauben. Ich muss gar nichts glauben. Sag mir, was du gesehen hast. Da war dieser Kerl. Er hat dort eine Leiche hingelegt. Er sah seltsam aus. Auch wenn du mir das nicht glaubst. Er sah aus wie Bruce Wayne. Was? Ich weiß. Jemand muss ihn erwischt haben. Er hatte überall Schnittwunden und blaue Flecken, aber er war es ganz sicher. Das arme Schwein trägt bestimmt sowas wie eine riesige Zielscheibe auf dem Rücken. Ihn hat sicher so gut wie jeder in Arkham angegriffen. Es könnte noch mehr Opfer des Identitätsdiebs in Arkham City geben. Ich sollte die Augen offen halten. Sehr seltsam, das Ganze. Schließlich sind wir ja Bruce Wayne. Ja, ich glaube, mehr habe ich damals auch nicht vom Identitätsdieb gefunden. Vielleicht finden wir was im Let's Play noch. Wer weiß, ich habe ja schon ein paar Sachen entdeckt, die ich vorher nie entdeckt habe. Und dabei fangen wir doch erst gerade an mit dem Spiel. Und ich bin schon wieder da, Freunde. Habt ihr euch schon wieder aufgerappelt? Oh, der hat ein Messer. Der auch. Da sind vielleicht doch ein paar neue dabei. Schön aufpassen. Diese Messertypen, die nerven ganz schön. Das sind die wenigen, die uns verletzen können, richtig? Außer natürlich die mit ner Knarre. Und denen müssen wir am meisten aufpassen. Wow. Ah, einmal bis zweimal kann ich ausweichen, aber meistens nicht mehr. Ist nicht ganz leicht. Die überleben mittlerweile auch länger, finde ich. Ich glaube, in Arkham Asylum sind sie doch ein bisschen schneller down gegangen. Boah. Der hat mich nicht erwischt. Dafür der. Nein, du Arsch. Legg endlich das Messer weg. Schön zu Boden gehauen. Nein, boah. Ich hätte nicht angreifen sollen, aber es hat gerade noch so geklappt. In dem Shitty wird ein Flammen auf. Ah, schon wieder ein Messertyp. Komm, leg endlich das Messer weg. Ups. Sehr gut. So, jetzt aber ab ins Museum. Oh, neue Nachricht von Joker. Na super, was hat der denn wieder? Sie haben einen verpassten Anruf. Klingelingeling. Mir fiel gerade ein, wann es zum ersten Mal passiert ist. Es war etwa sechs Monate, nachdem du mich auf dem Dach der Anstalt zurückgelassen hast. Während meine Knochen wieder zusammenwuchsen, hatte ich eine Menge Zeit zum Nachdenken. Wie hält man etwas vor dem größten Detektiv der ganzen Welt geheim? Kennst du die Antwort? Ganz einfach. Man platziert es direkt vor ihm. Direkt unter seiner spitzen Nase. Und dann wartet man. Okay, was meint er denn damit? So leicht sollten wir ihm nicht vertrauen. Wir brauchen das Gegenmittel für uns. Und für Joker. Aber der hat bestimmt noch was in der Hinterhand. So, jetzt komme ich aber, Pinguin. Wir suchen das Cybers-Pinkney-Institut für Napoli. Alle Besucher müssen sich durchsuchen lassen. Diesmal sollten wir es knappen können. Sieht gut aus. Äh, Dinosaurier, würde ich sagen. Ja, natürlich. Passwörter sind ziemlich leicht. Wo? Ups, den habe ich völlig vergessen, den Dinosaurier. Da ist ja einer. Hallöchen. Was machen denn Dinosaurier hier? Er trägt Körperpanzerung. Ich muss eine Reihe von schnellen, konzentrierten Angriffen ausführen, um seine Abwehr zu durchbrechen. Na gut. Kreis und Niederschlag. Ich sagte, dass ich euch nichts verrate. Ich habe... Es ist Batman! Ach, immer... Die Typen mit dem Messer, die nerven mich total. Also man muss ihn zuerst betäuben mit dem Umhang, sozusagen, und dann einfach draufkloppen. Spezialkombo Bad Schwarm. Äh, Bad Schwarm. Warum sage ich immer Schwarm? Klingt cooler. Ah, jetzt... Hau da ab mit diesem Messer. Komm, leg's weg. So. Der hält schon ein bisschen mehr aus. Jetzt haben wir nur noch diese Anzeige und das ist okay. Das ist immer noch besser als die kritische Trefferanzeige. Wobei, ich schalte es jetzt mal aus. Mal gucken, ob dann die kritische Trefferanzeige wiederkommt oder gar nichts mehr. Warum haben wir es denn hier? Weil das ist ja ausgeschaltet. Das sollte also eigentlich nicht kommen. Äh. Achso, hier. Sie sind in Sicherheit. Vorerst. Gott sei Dank. Vielleicht sollten Sie ihm erst danken, wenn Sie meine Frage beantwortet haben. Wer sind Sie? Sorry, Mann. Ich bin Bulle. Gordon hat uns geschickt. Ich gehöre zum 13. Bezirk. Zum Einsatzkommando. Bin von Anfang an hier gewesen. Wenn Gordon sie geschickt hat, kennen Sie den Kommandos? Der Code? Ja, ja. Er sagte... Oh Mann. Wie war der? Der Code. Sofort. Äh, Sarah. Wir sollten Ihnen sagen, der Code sei Sarah. Sie sind in Sicherheit, Officer. Jones, Batman. Elvis Jones. Gordon sagte, dass er mit dem Gedanken spielen würde, Ihr Team reinzuschicken. Er wollte wissen, was hier vor sich geht. Schätze, jetzt wissen wir es. Wir waren zu zehnt. Hoffentlich sind wir es immer noch. Ich sagte Gordon, dass es zu gefährlich sei, Sie reinzuschicken. Warten Sie. Wenn der Rest Ihrer Gruppe lebt, finde ich Sie. Tja, das reinste Chaos herrscht hier. Uh, wen haben wir denn da? Ah, was macht er denn jetzt? Ach, die vermissten Typen. Na die? Holen wir uns alle auch noch. Keine Sorge. Gehört das vielleicht zu einem Rätsel? Oh, Jim Gordon? Haben wir noch nicht, oder? Nee. Die Polizei-Chef James W. Gordon hat seine Karriere dem Kampf gegen die Korruption in Gotham City Police Department gewidmet. Genauso hart wie gegen die Korruption ging er gegen das Verbrechen vor. Sein Ziel ist es, Gotham City für all seine Bewohner zu einem sicheren Ort zu machen. Dabei kann er sich auf die Mithilfe eines geheimnisvollen Mitstreiters namens Batman verlassen. Dadurch hat Bürgermeister Sharp Arkham City ins Leben gerufen und die meisten Aufgaben im Sicherheitsbereich an Tigerwachen übertragen hat, wurde Gordon immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Trotzdem ist er noch stets ein Verbündeter von Batman. Erfahrener Polizist, ausgebildeter Kriminologe, geübt im Kampf Mann gegen Mann, ausgezeichneter Schütze. Und für das hier einfach stoppen und selbst lesen. So, ist das hier ein Rätsel vielleicht? Nö, schade, sah so aus. Das sieht alles ein bisschen nach Rätsel aus hier. Ach, äh, nein, wie heißt der? Scare? Nein. Ach, ich weiß nicht mehr, wie die Puppe heißt. Mist. Ein Typ auf einem Dinosaurier. Na, super. Komischer Geschmack hat hier jemanden. Was haben wir denn da drüben? Zwei Ladies. Den können wir hier drauf drücken. Oh. Ein Vögelchen hat mir verraten, dass Bruce Wayne schon bald zu meiner Sammlung gehört. Aha, hier soll Bruce Wayne rein. Zum Glück weiß er nicht, dass Bruce Wayne Batman ist. Und wer ist das hier? Huch, was machst du denn da? Huh, da ist ein Wolf. Mann. Okay, das geht hier wohl nicht. Doch, geht doch. Diesmal geht der Witz definitiv auf die Kosten der Verlierer. Was muss ich machen, damit du aufhörst, diese Spinner zu mir zu schicken, Joker? Dich umliegen. Naja, ein paar Gefolgsmänner von Joker. Äh, vielleicht sagt er, wie die Puppe heißt. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Nö, schade. Ich glaube irgendwie auch. Ach, und dann hier noch? Na, dieses kleine Biest ist wirklich ein Rätsel. Wo kommt sie her? Wie hat sie acht meiner Männer töten können, bevor wir sie erwischt und bewusstlos geschlagen haben? Ich weiß nur, dass mir die Pinchammer gefällt. Ha, ha, ha. Ich weiß ja, wer es hier ist. Was haben wir hier unten? Der Dino ist cool. Hier gibt es ja noch so viel, das habe ich gar nie gesehen. Was haben wir denn hier? Das will ich mir alles angucken. Sorry, Leute. Einen tiefen Blick in die Augen eines Monsters. Ein schwer gestörter Killer. Ein Mann, der für den Mord und die Verstümmelung von über 100 Männern, Frauen und Kindern verantwortlich ist. Klingt nach Victor Zass. Ja, das sagt er auch. Ich hab die Vermutung, da hinten soll Batman reinkommen. Das wird die Krönung meiner Sammlung sein. Die nächste. Batman. Er hat dann viel Glück dabei. Ich glaube, das gelingt dir nicht. Und, äh, wen haben wir hier? Da gibt es ja so viel in seiner Sammlung. Das ist ja irgendwie interessant. Aber ich glaube, wir haben es gesehen. Gut, dann auf zu Penguin und Mr. Freeze. Zum Glück hier nicht gespielt von dem Schwarzen Neckar. So. Hier geht es nicht lang. Wir könnten die Tür nehmen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die Typen sind. Damit ich nicht einen Weg zweimal laufe. Äh, wo geht es denn hier unten hin? Das muss ich jetzt doch prüfen. Ah ja, da ist eine Ritter-Trophäe. Kriege ich die vielleicht mit der Backlog? Oder ist sie zu weit weg? Zu weit weg. Schade, schade, schade. Ah, vielleicht reicht es, weil wir die Distanz schon haben. Sehr gut. Zum Glück habe ich das abgegradet. Was haben wir denn hier? Trias. Okay. Trias ist, aha. Gut, nehmen wir mit. Eine weitere Trophäe von Rilla. Kampagne freigeschaltet. Sehr schön. Habe ich glaube, noch gar nicht so richtig gespielt. Neue Rekruten hier entlang. Ich kann einen ferngesteuerten Batarang benutzen, um Schalter außer Reichweite umzulegen. Oh nein, bitte nicht. Da bin ich irgendwie voll scheiße darin. Okay, wir versuchen es. Ja, ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Habe ich getroffen oder nicht? Oh, ich dachte schon. Sehr gut. Sonst gibt es hier nichts. Oder? Ist da offen? Ne. Na gut, wir sind kein neuer Rekrut. Wir sind nur Batman. Aber das ist bestimmt auch okay. Lesen wir noch hier aus der Bibel. Wen haben wir denn hier? Sah natürlich voll nach einem Rätsel aus. Darum habe ich es gleich mal gescannt. Und es war eins. Die Kabelbott, äh, Kabelbottfede. Das Fundament für die Geschäfte des Pinguins bildeten Angst und Schmerz. Eines Abends erwischte man einen der Gäste der Iceberg Lounge dabei, wie er beim Pokern betrug. Der Pinguin folterte den Mann vor den Augen aller Anwesenden. Ein Freund des Mannes schnappte sich eine Bierflasche, zerbrach sie und rammte sie Pinguin mit aller Gewalt ins Gesicht. Während der Pinguin verschmerzt schrie, wurden der Angreifer und sein Freund in eine private Folterkammer verschleppt. Kabelbott wurde von den besten Ärzten in Gotham City untersucht, die aber immer zum gleichen Ergebnis kamen. Die Flaschenfragmente zu entfernen, könnte sich als tödlich erweisen. Erfahren wir noch etwas über Pinguin? Oh, oh, ich erinnere mich an den Raum, da gibt's gleich eine Massenschlägerei. Kampfarena. Brot und Spiele. Hilf mir! Kabelbott. Da bist du ja. Das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Zeig ihm, wen wir hier haben. Oh ne, und ich suche wieder so einen. Und Batman? Suchst du die Bullen? Den Eismann? Oder mich? Ich suche euch alle drei. Ich bin nur wegen Freeze und den Geiseln gekommen. Aber jetzt, jetzt werde ich mich auch um dich kümmern. Oh, du jagst uns vielleicht Angst ein. Ihr wird ein Lachen gleich vergehen. Ach was, echt? Hört zu. Man könnte mich... ...einen Sammler nennen. Ich liebe es, das zu besitzen, was andere begehren. Und was ich nicht habe... Das hole ich. Okay, es ist so. Ich hab da hinten einen Schaukasten mit deinem Namen drauf, der nur gefüllt werden müsste. Und wie es das Schicksal so will, stehst du gerade genau da, wo ich dich haben wollte. Also was sagst du? Wirst du jetzt ein braver Junge sein und die Fein ergeben? Du wirst hier niemandem mehr Befehle erteilen, Cobblepot. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Sieh dich um. Dieser Haufen von Psychopathen bettelt nur darum, sich mir anschließen zu dürfen. Aber bedauerlicherweise nehme ich nur die allerbesten. Und heute wird der Beste derjenige sein, der dich töntet. Kommt raus, Jungs. Zeit für die Aufnahme-Punktur. Ich bezahl euch fürs Kämpfen, nicht fürs Panzen. Also kämpft! Okay, da sehen wir es. Es steht direkt wieder kritischer Treffer und deshalb nehme ich das andere. Das war doch besser. So. Ja, ich glaube. Oder? Vielleicht? Haben wir noch was, was wir noch weniger brauchen? Den Klingducken vielleicht? Nee, dann steht trotzdem das mit dem... blöden, kritischen Treffer da. Okay, dann... So. Dann haben wir nur noch den Schwarm. Na, dann wollen wir mal. Man fragt sich ja, warum gibt er denn den Leuten nicht einfach Knarren? Dann könnte man Batman locker schiessen und dann hätten wir keine Chance. Ich meine, wie wollen die uns mit Fäusten töten? Also bitte. Dann müsste ich schon mehr aufbiegen. Na gut, so ein Hammer hier, der könnte schon echt wehtun. Man sieht auch schön, wie Batman nur mit dem Stiel haut und nicht mit dem Hammer selbst. Um sie nicht zu fest zu verletzen hier, kann es gleich nicht zurückkommen. Es sind natürlich schöne Details hier. Ich will dein Gesicht sehen. Das wirst du aber nicht sehen. Ich will dein Gesicht sehen. Wie kommst du nicht mehr neben dir weg, Batman? Ja, doch, irgendwie schon. Ich wollte gerade sagen, ihr nicht, aber ich schlage euch ja nur K.O. Nächster. Ach, hier geht aber schnell da auf, bitte. Also kommt. Wo ist denn jetzt der fette Typ? Der soll mal kommen. Der wäre schon eh ein Problem, aber doch nicht hier im Waschlappen. So, hast du noch mehr zu bieten, Pinguin? Das hättest du nicht tun sollen, Batman. Oh, oh. Du zwingst mich dazu, die grossen Kaliber aufzubauen. Ah, die Herren Titanen. Die kennt man noch aus Arkham Asylum. Sollte eigentlich noch wissen, wie man sie ausschaltet. Oh, er freut sich offenbar nicht, dich zu sehen, Batman. Viel Glück. Ah, komm, die habe ich in Dutzend schon ausgeschaltet. Ich bitte dich. Das werden wir wohl noch hinkriegen. Ultra betäuben. Ach, könnte man mal versuchen. Zeig mal. Kann man machen. Anstatt so einen Battle-Rank einzusetzen, ist das auch nicht schlecht. Hallo Freunde, guckt mal. Dong, Dong. Titanangriff. Yeah. Oh. Ups. Titan-Schockbälle. Auch schön. Ich sehe nichts, blöde Kamera. Oh, er hat mich abgeworfen. Und eben das. Nein, hau mich nicht, hau mich nicht. Ach, du Arsch. Ich will doch wieder auf den Titan drauf. Heute gibt's ne schön lange Folge. Ich will nämlich noch schnell die Kampfarena abschliessen. Schön alle weggehauen. Da lebt noch einer. Mist. Mist. Nicht getroffen. Oh. Das war fies. Gib doch auf. Ich glaub beim dritten Mal müsste er aufgeben. Jupp. Tschüss. Batman hat schon drauf. So, Kabel-Pot. Das war's. Und wir, Freunde, sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns den Penguin stammen. Und Mr. Freeze, haben Sie das Heilmittel finden können? Noch nicht. Die Lage ist schlimmer, als ich dachte. Pinguin hat einen Vorrat der Titan-Formel. Er hat was? Wie hat der Titan von Arkham Island runtergekriegt? Was ist hier los? Ihre Biodaten schießen in die Höhe. Nett, dass du uns hilfst, Oracle. Alfred, bei Barbaran alles ein. Natürlich. Aber... Ich melde mich. Okay, lesen wir noch schnell die Charakterbiografie von Oracle durch. Oder Barbara Gordon, die Tochter von James Gordon. Gotham City's Police Commissioner James W. Gordon hatte seiner Tochter Barbara Gordon verboten, dem Gotham City Police Department beizutreten. Aus diesem Grund wurde sie Batgirl und kämpfte jahrelang an der Seite von Batman. All das fand ein Ende, als Joker ihre Wirbelsäule durchschoss. Von der Hüfte abwärts gelähmt und an den Rollstuhl gefesselt, wählte Barbara Oracle als ihre neue Identität. Sie steht dem Dark Knight nun mit ihren Computerkenntnissen zur Seite und versorgt ihn, während er das Verbrechen bekämpft, mit einem steten Fluss von Informationen. Eidetisches Gedächtnis. Kann sich alles, was sie sieht und liest, merken. Weitläufiges Hauptquartier im Uhrenturm von Gotham City. S-klassige Fähigkeiten im Umgang mit Computern und beim Hacken. Wir haben schon sehr viel gefunden. Fehlt nicht mehr viel. So, jetzt aber wirklich. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.